Mein Name ist Willow Rau, ich bin Regisseur Deutschland-Schweiz und ich bin der Meinung, dass heute im Zeitalter der virtuell verbreiteten Informationen jeder Bürger Zugang haben sollte zu allen Informationen, soweit es natürlich die Privattheit der anderen nicht beeinträchtigt. Dass es dafür eine europäische Gesetzgebung, eine Regelung geben sollte, eine Charter im EU-Recht.